hallo wild da sind wir wieder und es gibt noch eine bonus folge wenigstens wir haben noch die maske ohne augen ein extra der engere kreis hat sich wieder versammelt ein zyklus ist vergangen seit der dramatiker zuletzt in das land des nebels und der schatten reiste nun hat die maske ohne augen einen neuen träger erwählt der pfad zwischen den welten wird bald erneut besucht werden und der schleier vor den augen der menschheit wird für immer gelichtet der dramatiker trifft nun den wächter der schwelle ein altes wesen wacht über die tür aus nebel möge der dramatiker das licht nehmen und sich seinem blick entziehen hallo vier aus dem nebel enthüllen die wahrheit ich zünd das an so brennt gut das feuer des morgengrauens verbrennt die wüste ich zünd das auch an brennt auch gut das feuer des südens hell im dunklen wald ich brauche erst mal eine pause na gut ich zündel hier noch etwas die glute des nordlichts hell im dunklen wusch die flammen des sephyrus hell im dunklen meer der dramatiker wird in der mitte stehen und ich und der vorhang wird endlich und seine augen öffneten sich das war jetzt sehr interessant wir schauen uns dennoch die erfolge an und danach den abspann und dann wird das vielleicht eine mini kurze bonus folge wir haben nicht geschafft der gute arzt sieht zu wie ein patient bei der behandlung fortschritte macht ich weiß nicht wie oder wo wir das hätten machen können so genau dann der schlosser hör genau hin ich denke das oder was sind das die erfolge ist ich denke das was ausgegraut ist oder schwarz weiß ist vielmehr ich denke das haben wir nicht geschafft die bunten haben wir geschafft meine ich also hör genau hin der schlosser ja dann haben wir irgendetwas versäumt sind dann doch zu schnell durchgegangen gut sie kommen schließe die erste episode ab okay im ozean verschollen finde heraus wer bei den klippen verschwand haben wir das nicht da hätten wir wahrscheinlich mit dem kapitän noch mal sprechen müssen meister der hypnose erforsche die tiefen des unterbewusstseins ja gut wir hatten einige sachen zum beispiel auch bei dem letzten teil ich hätte jetzt nicht gedacht dass david derjenige gewesen wäre der das ganze ins rollen gebracht hat aber da haben wir zufällig ausgerechnet den rausgeangelt das hätte ja wirklich jeder sein können der der es war ich habe den genommen der es am unwahrscheinlichsten war aus meiner sicht so nach meinem gefühl her okay die angst selbst haben wir aber geschafft schließe die zweite episode ab na schön du scheinst dir sicher gestehe deinen glauben aha das abbild finde alle brennenden statuen ja gut wie hätte man das hier denn nicht schaffen können man ist ja man musste ja überall hin und dann haben die statuen wenn man da wieder weggegangen ist dann haben die ja gebrannt also das hätte doch jeder also hat das das hat jeder geschafft oder unter der maske schließe die dritte episode ab und davids schicksal rette davids leben aha ja da ist mir dann doch irgendwas entgangen haben wir gemacht naja ich dachte ja aber dann auch irgendwie ich bin mir nicht sicher wo ist der denn geblieben zum schluss okay wakefields schicksal rette wakefields leben das hätten wir machen können ich meine moment der ist gestorben aha da hat jemand überhaupt nichts verstanden ja ich merke das gerade ich bin jetzt doch ich habe das jetzt überhaupt nicht kapiert so wieso ist das habe ich gar nicht mitgekriegt wann ist denn der gestorben wann ist denn wakefield gestorben bis zum schluss habe ich doch seine stimme noch gehabt fast jetzt im extra nicht aber interpret beweise musikalisches können ja die ganze geschichte ließ alle briefe notizen und tagebücher im spiel haben wir nicht gemacht okay bitte ab in die kommentare was habe ich übersehen wo habe ich was übersehen ich werde nichts nachproduzieren glaube ich aber interessieren interessiert es mich dann schon ab in die kommentare damit was habe ich übersehen ich bin sicher der ein oder andere von euch hat alle erfolge geschafft gut neophyt entdecke ein geheimnis und dramatiker entdecke alle geheimnisse ja gut dass wir da nicht alles entdeckt haben also ich denke zum schluss vor allem die feder und so ihr habt ja gemerkt dass ich am schluss dann doch ein bisschen ungeduldig auch war und da mit der feder hätten wir noch was machen können den jungen hätte ich gerne was ist denn jetzt aus dem jungen geworden ich habe es nicht kapiert der junge da ist doch der junge verschwunden mit dem spielzimmer ich weiß nicht welche kreatur da oben in dem spielzimmer war weil unser unser wakefield der wollte ja nicht ins dunkle gehen da oben ich weiß ja okay das was das jetzt mit dem wasserrad mit dem mühlenrad da auf sich hatte ja das hat eben strom besorgt für die figuren die da drin waren aber welchen sinn das ganze ergeben hat warum der junge damit holzpuppen gespielt hat keine ahnung dramatiker also entdecke alle geheimnisse haben wir auch nicht geschafft dem nach also wenn dem wirklich so ist dass die schwarz-weißen nicht geschafft wurden ja dann der neue träger schließe die maske ohne augen ab das war das extra und das haben wir gemacht das waren jetzt gar nicht so viele erfolge im ersten waren mehr meine ich ja gut das mit dem ozean wird mich dann hier schon interessieren ich bedanke mich noch mal für den tipp und dass ich da mitmachen darf vielen vielen dank jane und alle die mitmachen also katty gott vater janes kettiness kerstin a clue g lissy miss b miss cat neat games nighty mcfly purity raging rausch very you denning und zusammen zocken ich bedanke mich an dieser stelle für euer zusehen für eure kommentare und für eure likes daumen hoch für euch macht es gut und bis zum nächsten mal tschüss Amen.